Du hast Probleme mit Latein? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung. Auf meiner Website findet ihr Massen an Lerntutorials, Übungen, Klausuren zu allen Themen perfekt auf den Lernstoff angepasst. Werde jetzt einer von vielen Usern und gehe den Weg zu einzelnen Latein. Link in der Beschreibung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon heute im Titel seht, geht es heute mal um das Thema Gerundium. Falls du dich für das heutige Video interessierst, würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du bis zum Ende dranbleiben würdest. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem heutigen Video. Zunächst einmal gucken wir uns genauer an, was ist denn überhaupt ein Gerundium? Und zwar ein Gerundium ist ein Infinitiv, der dekliniert wurde. Hier sind schon mal zwei Sachen, die euch auffallen sollten. Erstmal Infinitiv, okay, also ein Verb. Und dann noch dekliniert. Das passt ja eigentlich nicht zusammen, denn wir haben ja gelernt, Verben werden immer konjugiert und nicht dekliniert. Dekliniert werden ja nur Substantive, beispielsweise Subjekte oder auch Objekte. Genau aus dem Grund hat man hier eben ein Verb, welches substantiviert wurde. Substantivieren, das kennen wir auch im Deutschen, wenn man beispielsweise aus einem Verb einen Nomen macht. Also wird aus Leben, also das Verb Leben, könnte das Leben im Prinzip werden. Das Gerundium kann dabei im Genitiv, Akkusativ und Applativ vorkommen. Also wir sehen schon, es kann nicht im Nominativ und auch nicht im Dativ vorkommen. Der Dativ, der wird ein-, zweimal thematisiert, theoretisch, wenn ihr beispielsweise Latein studieren würdet. Jedoch, wenn ihr eben in der Schule ganz normal Latein habt, wird der so gut wie nicht thematisiert. Genau aus dem Grund hat man nachher auch keine Doppeldeutigkeit mit dem Applativ. Dann kommen wir kurz noch zur Bildung. Die ist auch relativ wichtig, denn wir haben hier einmal den Verbstamm, die ND-Form und die Kasusendung. Also im Endeffekt wirklich keine schwere Bildung. Deswegen gehen wir auch noch relativ kurz darauf ein. Wir sehen das Ganze hier schon, wir nehmen uns mal das Beispiel Laudare, also wir brauchen hier ein Verb, das substantiviert wird. Also nehmen wir den Verbstamm, den sehen wir hier, Laudare, also die Präsenzendung. Dann die ND-Form, brauchen wir natürlich, das ist im Prinzip immer, man hört auch häufiger zu einem Gerundium, als es eine ND-Form ist. Sieht man jetzt hier auch, woran das liegt, denn immer ein ND wird drangehangen, beziehungsweise wird an den Verbstamm angehängt und dann eben noch die Endung. Und dann haben wir die Endung I um O, also die typischen O-Deklinationsendungen. Und wir haben dann, wie man sich denken kann, I steht für Genitiv, O steht für Akkusativ und O steht für Applativ. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr wissen müsst, zur Bildung von einem Gerundium, mehr ist es nicht. Und ich glaube mal, das ist eigentlich eine relativ einfache Bildung der ND-Form. Kommen wir dann zu den einzelnen Fällen, also beispielsweise, wenn ein Gerundium im Genitiv steht. Das Wichtigste in Latein ist natürlich immer das Übersetzen, genau deswegen gucken wir uns das an, wie das in den einzelnen Fällen gemacht wird. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass ihr unterscheidet, was für ein Fall ist das und wie übersetze ich das Ganze dann. Die Endung für den Genitiv lautet, wie gerade eben schon gesehen, I. Dabei ist dann eben die Endung nochmal, Verbstamm ND plus I. Es wird übersetzt mit dem substantivierten Verb im Genitiv, als Genitivobjekt oder Genitivattribut. Falls ihr nicht wisst, was ein Genitivobjekt ist oder ein Genitivattribut ist, dann könnt ihr auf jeden Fall nochmal in meinen Basic-Deutsch-Videos nachgucken. Aber im Endeffekt ist ein Genitivobjekt immer nur beispielsweise ein Substantiv, das eben im Genitiv steht und sich eben auf ein anderes Substantiv bezieht. Kommen wir dann zu der Übersetzung. Wir haben hier Ars Vivendi. Ars Vivendi ist ein sehr, sehr bekanntes Zitat. Haben viele Leute wahrscheinlich auch bei euch schon gehört. Ist relativ auch bekannt, wenn es um Gerundium geht. Also Gerundium ist meist das Erste, was man so als Zitat mal hört, ist Ars Vivendi. Und genau das ist eben ein Gerundium im Genitiv. Sehen wir auch hier, wie wir, ist dann hier in dem Fall der Verbstamm, die ND-Form plus I, also haben wir Genitiv. Und übersetzt wird es mit die Kunst des Lebens. Warum wird es so übersetzt? Die Kunst, Ars, also ganz normal, die Kunst steht ja im Nominativ. Und dann Vivendi als Genitivobjekt, also oder als Genitivattribut kann man es auch sehen, bezieht sich eben auf Ars, also auf die Kunst. Und dann wird eben Leben, also das Verb Leben wird dann eben zu Leben. Und das Ganze ist am Genitiv, also die Kunst des Lebens. Des Lebens steht hier im Genitiv, genau deswegen haben wir hier eben ein Genitivattribut, beziehungsweise Genitivobjekt. Und hier nochmal unterstrichen, des Lebens ist das Gerundium im Genitiv. Kommen wir dann zum Gerundium im Akkusativ. Das ist schon ein bisschen komplizierter, aber solltet euch auch auf jeden Fall keine Probleme machen. Die Endung für den Akkusativ lautet um. Hier haben wir wieder Verbstamm plus ein D-Form plus um. Und ein Gerundium im Akkusativ kommt eigentlich nur in Kombination mit einer Präposition vor. Präpositionen stehen immer vor Position, Präposition, also zeigt immer etwas an. Am häufigsten wird dabei die Präposition ad verwendet. Kommen wir dann zur Übersetzung. Paratus ad vivendum. Paratus heißt bereit sein und ad vivendum. Also wir übersetzen es in Kombination mit der Präposition ad. Das kann man mit zu oder zum übersetzen und dann hat man hier auch schon bereit zum Leben. Leben hier wieder substantiviert worden, also das Verb ist zu einem Substantiv gemacht worden. Und dann eben mit der Präposition ad zum Leben, also bereit zum Leben. Kommen wir dann nochmal zum Gerundium als letztes im Applativ. Hierbei ist die Endung im Applativ dann natürlich O. Wieder Verbstamm plus ND-Form plus O. Im Applativ wird es häufig übersetzt mit durch und dem substantivierten Verb. Also man versucht hier den durch Applativ im Prinzip mit einem substantivierten Verb, also mit einem Substantiv zu übersetzen. Hier das auch ganze mal ausprobiert. Delektamus vivendo. Delektamus sollte eigentlich jeder kennen. Delektare, also wir freuen uns. Vivendo vivere steht ja also hier im Applativ. Den Applativ sehen wir schon an dem O und übersetzt wird es mit wir freuen uns durch das Leben. Klingt jetzt hier nicht ganz so schön, aber wir freuen uns. Delektamus, durch das Leben, durch, wie gesagt oben, es wird häufig mit durch übersetzt und dann das substantivierte Verb, das Leben. Leben, das Verb wird zu das Leben. Also haben wir hier, wir freuen uns durch das Leben. Wie gesagt, hier nochmal aufgeschlüsselt, der Applativ mit durch plus substantivierten Verb und schon habt ihr das Ganze auch übersetzt. Das war eigentlich alles, was ihr zum Gerundium wissen müsst. Es kommt auf jeden Fall auch noch ein Video zum Gerundivum und auch noch zum Unterschied vom Gerundivum und vom Gerundium. Falls ihr die noch nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.